ja da sind wir auch schon wieder und wir sind jetzt in der wüste und man sieht hier schon die ersten bosse ich würde mal sagen das ist eventuell ein krasses event sogar hier steht sogar eine hexe rum ich weiß nicht ob ich die einfach gleich mal hauen sollte so ein bisschen damit drauf auf den weil der ich glaube nicht dass der das schaffen wird ja dann wollte ich eben jetzt mal die scharmen noch dazu und dann gucken wir und schauen mal ob wir hier was finden ja ich würde sagen ich hau da einfach mal ein bisschen mit drauf vielleicht geht ja das ding dann runter ihr seht jetzt auch schon den damage hier was man bei der hexe macht es nicht mehr so viel ich versuche noch mal eben zu bluten aber sieht fast schon so aus ja es geht ok naja wahrscheinlich droppen die jetzt auch was aber das ist mir jetzt relativ ich habe jetzt einfach mal mit hier drauf so ok der gifthelm ist auch drin also das sollte eventuell mega chillig runtergehen und dann haben wir unsere hexe hier down gehauen was haben wir hier hast plus 4 ist für mich und die guten sachen habe ich alle bekommen also ist schon ganz chillig schauen wir mal was wir hier noch so finden mit der charme gucke ich hier nebenbei woanders in der anderen richtung brutale spezialist knochengesicht geiles event aber irgendwie ein bisschen op was diese hexen angeht also das finde ich jetzt nicht so nice dass die diese hexen hier ja natürlich das knoch hier haben wir auch gleich so und zack da haben wir auch unsere drops schon so so das war es dann ok also hier grüße an most dope so dann schauen wir mal ob wir noch was finden hier ist ein sensen man ich glaube der ist nicht so cool gibt es bestimmt noch irgendwas hier ist so ein tanaka kommen den gehen wir auch mal keine ahnung ob wir den kriegen den dreckssack hey bleib stehen ich stand dich ja ist das lustig ist ja mega chillig mit lukana ist das echt unfair muss ich sagen kriegt die tanaka sehr easy einfach ein atem raus ok na komm jetzt haben wir ihn aber irgendwie droppen die nicht so wirklich was das hier denn ein bisschen jang naja gut weiß nicht ob sich das lohnt oh mein gott ist das krank wie viele wie viel jang hier einfach rumfliegt ich finde es irgendwie lustig kommen wir auch noch ein paar solche dinge jetzt haben wir ihn geblutet jetzt sollte er sterben ja und dann würde ich sagen meine fresse droppt der filian also für die kleinen spieler ist das auf jeden fall mega chilliges event ich hoffe wir finden hier noch so ein paar hexen und was steht denn hier ist der baum lord den habe ich ja auch schon lange nicht mehr gesehen chillig den hauen wir so das ist ja mal was geiles so also bei dem event habe ich definitiv noch nicht mitgemacht sonst wäre ich jetzt nicht so verwundert so mal gucken ob wir das ding down kriegen hier zack war auf jeden fall richtig gut dass ich hierher gekommen bin die farbe hat sich ein bisschen geändert oder ist das war doch der aus dem roten wald oder nee das war der nicht keine ahnung ich weiß es nicht mehr schon so lange her den man damals noch mit verlangsamung hat man den aus dem meeting gespawnt egal ich hau den jetzt auf runter der sie gleich weg so nichts gedroppt schade ne die spinner lasse ich jetzt da stehen vielleicht kriege ich ja noch so ein ohr das wäre echt geil ich will so ein ohr haben ja nice ich habe eins was kann ich jetzt damit machen ich weiß es nicht was machen wir jetzt mit dem ohr komm ich will noch eins ich will noch eins hallo bleib stehen hey blöder tanaka hey hallo bleib doch endlich stehen verdammt warum laufen die so bescheuert rum komm schon ne den kriege ich jetzt pass mal auf hier zack gekonnt und na dann halt den anderen nice da ist der nächste down ja den haben wir gestunnt das ist mega unfair einfach mega unfair wie ich die down haue wenn ich jetzt das young hier noch alles aufheben würde ich weiß nicht wieviel young das ist ey das ist ja der wahnsinn ich hoffe dass es hier keine botter gibt sonst haben die am ende dieses events weiß ich nicht wieviel young hey bleibt doch stehen jetzt komm atem lade auf dann kennen wir das viech ey der trollt mich voll ne ah jetzt haben wir ne keine ahnung also wir haben auf jeden fall ein tanaka ohr was muss ich damit machen ähm ähm ich weiß es echt nicht äh so ah hier ist noch ne äh hexe die werden wir uns vorknöpfen so da würde ich sagen äh porte ich jetzt mal eben wieder rüber und dann hauen wir die hexe gleich runter zack zack ok ok erstmal gucken dass wir uns buffen na so so argus vielleicht sollten wir mal schauen ob er auf uns hört oder ob er wieder drops klaut weil äh der schafft die hexe gewiss nicht hauptsache mal aggro hauen ne naja naja frech naja ja jeder will die hexe haben ich weiß ich kenn das ich hau jetzt erstmal den argus natürlich kriegt er auch drops er würde das eh niemals schaffen oh mir im moment eigentlich egal äh hauen wir halt wieder oder wir lassen ihn einfach mal ja nein ich hab jetzt kein bock da äh aber ist eigentlich frech weil als ob er das schafft aber natürlich wenn ich eine hexe finde muss immer irgendjemand anders da sein so dann haben wir die halt runter eben so sollte chillig gehen äh ne ne weiß ich nicht ob ich die jetzt suche weiß nicht warum die mich alle an warum er mich anschreibt haha naja die wird auf jeden fall gehauen so dann äh versuchen wir die jetzt eben noch zu giften äh ich hoffe dass die nicht gegiftet wurde weil sonst wird das nichts äh ja sieht fast so aus ah nein okay geht doch ja dann sollte die jetzt runter gehen auf jeden fall äh der lauert schon hier mit der charme und guckt ob da drops für ihn liegen wette ich mal äh hier ist noch ein knochi das hauen wir auch gleich hier äh kapitän schrack können wir auch mal versuchen eventuell noch äh hier htk ähm ähm äh monster blutstein von denen habe ich zwar ich habe von den hexen drops sowieso mega viele ok ähm kapitän schrack probieren wir geht vielleicht der ist ein bisschen schwer aber könnte gehen ne 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 den lassen wir haha schnell zu charme geportet so ähm ok ähm wo ist wo ist dieses andere viech dieses knochi da vorne sehr schön ok was haben wir hier brutaler hauptmann äh hier ist noch so ein äh tanaka äh ja ok also das ist auf jeden fall mega geil für mich so viel young wie ich jetzt damit machen werde äh vielleicht nochmal hier schnell zack zack chillisch keine ahnung wie lang das geht aber wir müssen auf jeden fall hier mega 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 lange fahren macht sinn so knochi ist so gut wie down zack ähm hier äh wegen der hexe nochmal danke dass du da weg gegangen bist falls du das siehst ähm fand ich auf jeden fall korrekt ich hab ja gedacht du bleibst da und äh grast wieder drops ab auf jeden fall chillig machen nicht viele hier ist noch ein tigergeist komm den haben wir auch schnell eben mal schnell noch bluten und dann runter hauen geht ja chillig hier könnte man übrigens auch mega chillig notizen fahren zum glück bin ich mit der notizen quest fertig schade hat nichts gedauert schade hat nichts gedauert sensenmann kann man auch noch hauen eben mal schnell einfach mal so zu just for fun äh hier zeigen dass das viech mega schnell runter geht so zack ich habe auf der charmine pen muss ich mal eben gucken importe ich die mal eben rüber zack 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 sensi ist gleich down und bam sensenmann truhe wollen wir mal aufmachen hier schwarze kleidung wäre damals mega viel wert gewesen jetzt kann ich sie einfach in den müll schmeißen äh hier ist noch so ein baum damit können wir relativ wenig anfangen hier ist eine hexe die lasse ich jetzt mal ich haue jetzt erstmal hier das da weil ich will nicht immer den anderen die drops schenken weil im prinzip ist das mein geschäft im moment klar ich haue die jetzt nicht mehr so aktiv aber ich habe immer noch mega viele davon und äh dann kaufen die nichts von mir hier soo hier soo da ist noch eine hexe oh mein gott dieses event ist so bescheuert für die leute die hexen aktiv farmen zum glück bin ich da nicht mehr dabei deswegen macht mir das jetzt im moment nichts aus aber das ist eigentlich schon mega unfair dieses event so dann hauen wir die eben noch runter joa die ist dann auch gleich down demnächst ach ja ist das nicht schillig jetzt haut er auch noch mit drauf das war ja klar aber ich denke mal wenn alles gut läuft wird er nichts droppen ich kann mir mal eben hier noch aw geben dann mache ich noch ein bisschen mehr der mensch hier so ja sie ist da hat doch geklappt er hat nichts gedroppt und wir haben ganz gut gedroppt sogar das war echt eine chillige hexe ich habe zu viele gegenstände bei mir das ist nicht gut dann muss ich wohl gleich leeren joa dann haben wir ja gut dann machen wir das eben so ich gucke mal eben schnell wo ich dieses tanakas ohr ab ach da ist noch eine hexe ne neunschwanz ne neunschwanz dann würde ich sagen ich tue eben mal mein inventar leeren und dann komme ich gleich eben wieder in die wüste und dann warmen wir weiter bis gleich bis gleich